Hallo Leute, heute hier in Elektro-Henning in 5 Minuten. Wir haben hier eine Miele W1 da und bei dieser Miele W1 möchte ich diesen Ton wegprogrammieren, wenn der am Schluss kommt, weil der nervt. Wie mache ich das? Ganz einfach, ich gehe hier auf weitere Programme, dann gehe ich hier auf runter bis Einstellungen kommen, drücke auf OK, dann auf Summa-Lautstärke, drücke auf OK. Das ist hier die Lautstärke von dem Summa, der am Schluss dann kommt, drücke OK, dann ist er aus. Dann kann ich eins weitermachen, Tasten-Ton, das ist übrigens der, wenn ich irgendwas drücke, der nervt mich jetzt hier nicht, dann weiß ich zumindest, dass ich was gedrückt habe. Und wer den Begrüßungston, den ich gerade am Anfang gehört habe, nicht mögt, der kommt jetzt, den könnt ihr hier auch ausstellen, falls euch der nervt. Aber mir nicht, weil die möchte ich wieder schön hören. Und wenn ihr dann fertig seid, drückt ihr einfach wieder, ja, was ihr seht, Baumwolle, was ihr haben möchtet und die Kiste läuft. Ja, hoffe ich, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, einen Daumen hoch und oben dürft ihr gerne abonnieren. Hier geht es weiter mit einem weiteren coolen neuen Video. Macht's gut, tschüss und auf Wiederschauen. Macht's gut, tschüss.